Seitdem wir bei Schwalbe Mountainbike Reifen entwickeln, stellen wir uns die Frage, wie können wir die limitierte Auflagefläche der Mountainbike Reifen maximal nutzen. Um zu verstehen, weshalb das so wichtig ist, ist es erstmal interessant sich anzuschauen, welche Fläche uns überhaupt zur Verfügung steht. Als schöner Vergleich dient dazu die Auflagefläche unserer Schuhe. Um es mal bildlich auszudrücken, auf den meisten Mountainbike Reifen steht uns gerade mal ein Drittel der Fläche zur Verfügung, die wir jeden Tag an unseren Schuhen haben. Also im Prinzip nichts. Und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, was das bedeutet oder was man mit Mountainbike Reifen schon anstellen kann, dann wird der Gedanke nur nochmal extremer. Also ich meine, auf Schuhen kommt man irgendwie jeden Berg hoch, aber wenn man sich überlegt, was die Racer auf dieser kleinen Auflagefläche am Mountainbike Reifen bewerkstelligen und auf welchen Strecken der Welt, dann finde ich das schon wirklich sehr beeindruckend. Das zeigt aber auch, wie wichtig es ist, eben genau diese geringe Auflagefläche maximal zu nutzen. Und da gibt es klassischerweise eigentlich zwei Ansätze. Zum einen ist es, die Karkasse etwas flexibler zu gestalten durch die Reduktion von Karkassenlagen. Das haben wir 2013 mit Super Gravity eingeführt. Das war so ein erster Ansatz für den Endurosport. Neben der Reduktion von Karkassenlagen besteht natürlich auch immer die Option, den Luftdruck zu senken. Das ist sicherlich ein Tipp, den ihr schon mal bekommen habt, vielleicht sogar von uns. Oder den ihr euren Buddies auf dem Trail gegeben habt, wenn es zum Beispiel mal nass war und vielleicht der Grim nicht optimal war. Also das Senken des Luftdrucks ist eigentlich die ganz klassische Herangehensweise. Also das kann jeder ganz easy machen, der richtige Luftdruck, das wissen wir alle, ist wichtig für die Performance der Reifen. Kommt allerdings bei einer Reduktion des Luftdrucks dann auch mit dem Nachteil, dass man eine höhere Anfälligkeit gegen Durchschläge hat und auch eine geringe Seitensteifigkeit. Außerdem macht ein geringer Luftdruck auch den Einsatz von sekundären Reifensystemen, also Inserts wie Procore und alle möglichen, die da so am Markt sind, notwendig. Um ganz ehrlich zu sein, bei Schwalbe waren wir nie so richtig zufrieden mit der Lösung von einem sekundären Reifensystem. Also Reifeninserts fanden wir eigentlich immer, um es mal ganz offen zu sagen, nervig. Wir haben es jetzt endlich mit Procore ja selber angefangen, aber dann schnell festgestellt, dass das eigentlich, dass die Lösung im Reifen gesucht werden muss. Also das Mehrgewicht und der Mehraufwand, die sind viel besser im Reifen angebracht. Nun ist das aber ein Dilemma, denn wir können nicht die Lagen reduzieren und wir wollen nicht den Luftdruck reduzieren, weil da eben diese genannten Probleme auftreten können. Also haben wir uns überlegt, was können wir machen, wie können wir den Reifen gestalten, ohne dass eben diese beiden anderen Maßnahmen notwendig sind. Und mein geschätzter Kollege Markus Hachmeier, tatsächlich einer der Mitentwickler von Procore, kam dann irgendwann mal auf die Idee, was wäre denn, wenn wir aus unseren Reifen Radialreifen machen? Da haben wir uns erstmal alle Fragen angeguckt. Radialreifen haben wir schon mal gehört, kennt vielleicht jeder vom Auto. Ein Fahrradreifen ist per Definition ein Diagonalreifen, also wenn ihr das mal bei Wikipedia eingibt, dann wird das direkt im ersten Eintrag mit drinstehen. Diagonalreifen heißt nichts anderes, als dass die Karkassenfäden von Kern zu Kern in einem 45 Grad Winkel verlaufen und an beiden Radialreifen verlaufen sie in einem 90 Grad Winkel von Kern zu Kern. Das Positive bei einem Diagonalreifen ist, dass ich durch diese Überlappung der Fäden eben die Stabilität der Karkassen gewährleistet habe. Bei dem Radialreifen, ihrem Auto zu finden, ist dafür ein zusätzlicher Gürtel unter der Laufläche notwendig. Der gibt dem Autoreifen auch die charakteristische Form. Jetzt ist es so, dass ein kompletter Radialreifen mit Gürtel natürlich für uns nicht wirklich zielführend wäre. Die sind nämlich alles andere als flexibel und natürlich auch schwer. Deswegen haben wir einen Winkel gesucht, der dazwischen liegt. Also nicht 45 Grad, aber auch nicht 90 Grad. Und tatsächlich haben wir einen Winkel gefunden, bei dem so gerade eben kein Gürtel mehr notwendig ist, also keine Nachteile in der Stabilität vorhanden sind. Aber, und das ist dann spannend, die Flexibilität sich deutlich erhöht hat. Denn das ist der Punkt, in dem sich Radialreifen von Diagonalreifen entscheidend unterscheiden. Sie sind in der Lage, sich deutlich punktueller auf Unebenheiten anzupassen. Sprich, wie eben beschrieben, auf einem Mountainbike-Trailer ist ja der Untergrund alles nur nicht eben. Und was ich halt eben möchte, ist ein Reifen, der sich perfekt an den Untergrund anschmiegt. Und das habe ich über den Radialreifen eben viel besser gewährleistet. Im Vergleich zu einem Diagonalreifen kann er nämlich auch Kontaktfläche beim Überrollen über ein Objekt vor und hinter dem Objekt aufbauen. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr über eine Wurzel drüber fahrt mit einem klassischen Reifen, dann hebt sich dieser ganze Reifen über diese Wurzel ab und meine Kontaktfläche, die ja, wie wir jetzt wissen, sowieso schon limitiert ist, sich auf die Oberfläche der Wurzel oder des Steins reduziert. Also nochmal kleiner wird. Und das führt auch zu diesem, uns sicherlich allen bekannten, abrupten Traktionsverlust über eine nasse Wurzel oder über einen Stein. Und genau das ist der Punkt, wo sich eben der Radialreifen deutlich hervorhebt. Denn er kann vor und hinter dem Objekt Kontaktfläche aufbauen und vor allen Dingen das Objekt selber, sei es jetzt, wie gesagt, ein Wurzel oder ein Stein, deutlich besser umschließen. Das sorgt nicht nur für mehr Grip und Sicherheit im Gelände, sondern auch für deutlich mehr Komfort. So, wir sprechen auch gerne davon, dass man den Trail auf stumm schaltet. Also es fühlt sich fast an, als würde der Reifen überall Unebenheiten drüber hinwegfließen. Neben der verbesserten Anpassungsfähigkeit der Radialreifen bieten sie auch bei gleichem Luftdruck, gemessen bei 1,5 Bar, eine 30% größere Kontaktfläche im Vergleich zu einer klassischen Reifenkonstruktion mit der Diagonalkarkasse. Selbst wenn man den Luftdruck um 0,5 Bar, also auf 2 Bar erhöht, hat dann ein Radialreifen immer noch 10% mehr Auflagefläche, als ein vergleichbarer Diagonalreifen bei 1,5 Bar. Darüber hinaus bieten Radialreifen auch Vorteile beim Ausfederverhalten. Sprich, rollt man mit einem Radialreifen über ein Objekt, dann ist nicht nur die Einfederphase deutlich sanfter, sondern auch die Ausfederphase deutlich kontrollierter. Auch das trägt dazu bei, dass der Reifen sich im Gelände deutlich kontrollierter und komfortabler fährt. Und das ist, so simpel das auch klingen mag, für uns die größte Verbesserung an Mountainbikereifen, die wir jemals vorgenommen haben. Und das Schöne an der Technologie ist vor allen Dingen, wie simpel sie ist. Wir haben das Ganze natürlich auch direkt auf diverse Reifenmodelle übertragen, die werde ich euch jetzt vorstellen. Der erste Reifen, den wir nun komplett um die neue Radialtechnologie drumherum entwickelt haben, ist unser neues Flaggschiffmodell, der ALBERT. Vielen ist vielleicht der Name noch bekannt. Jetzt trete er wieder auf als sehr gutmütige Allrounder für alle Bedingungen am Berg. Das Profil ist von der Stollenhöhe vergleichbar zum Techie Channel und zum Magic Mary, allerdings deutlich geschlossener, sehr rund, was dazu führt, dass der Reifen sich, egal in welcher Lage, sehr kontrolliert fahren lässt, einem viel Feedback gibt und vor allen Dingen viel Sicherheit. Um die größere Auflagerfläche und das bessere Anpassungsverhalten der Radialkarkasse optimal zu nutzen, sind wir außerdem auf einen kürzeren Pitch gegangen, das heißt mehr Stollenwiederholungen und außerdem größere Stollenoberflächen. Dabei stellen wir sicher, dass wir den Contact-Patch des Reifens und das Anpassungsverhalten optimal nutzen und immer möglichst viele Stollen und möglichst viel Gummi in Kontakt mit dem Untergrund haben. Die Schulterstollen sind dem Techie Channel nachempfunden, sind deutlich verstärkt und der Reifen ist allgemein extrem haltbar durch eben das hohe Oberflächendesign. Was mich persönlich am meisten am ALBERT begeistert, ist allerdings der Rollwiderstand. Durch das Design ist das unser schnellst rollender Gravity- oder Enduro-Reifen, den wir jemals entwickelt haben. Das Gewicht ist außerdem vergleichbar zu dem Techie Channel und zu Magic Mary und verfügbar ist der Reifen in einer Trail- und Gravity-Variante. Was die Größen angeht, so bieten wir den Reifen einen 29 Zoll und einen 27,5 Zoll an. Bei den Breiten wird es eine 2,5er und eine 2,6er Variante geben. An Compounds könnt ihr wählen zwischen Soft und Ultrasoft. Meine persönliche Empfehlung wäre dann für den Einsatz auf dem Enduro die Gravity-Karkasse mit Soft-Compound am Hinterrad und Trail- oder je nach Einsatzbereich Gravity-Ultrasoft am Vorderrad. Darüber habt ihr dann den besten Kompromiss aus Halbbarkeit, Rolleigenschaften, Grip und Gewicht. Vielleicht hat der eine oder andere es schon aus Spy-Shots gesehen, aber der ALBERT ist jetzt unser erster Schwalbe Mountainbike-Reifen mit unserem neuen Labeldesign. Was hat sich geändert? In erster Linie ist der Einsatzzweck und damit auch die Beschreibung der Karkasse jetzt in den Nickname gewandert. Wie schon von der Decade of Super bekannt, gibt die Bezeichnung der Karkasse auch den Einsatzzweck an. Also wenn ihr euch jemals fragt, welchen Schwalbereifen ihr wählen sollt, dann könnt ihr euch eigentlich immer daran orientieren. Also für den Gravity-Einsatz, Enduro, Down und so weiter. Nutzt den Gravity-Reifen für den Einsatz auf dem Trail, Trail und so weiter. Außerdem findet ihr jetzt am ALBERT auch zum ersten Mal unsere neuen Qualitätslinien. Vorher vielleicht dem einen oder anderen bekannt unter Active, Performance und Evolution Line gibt es jetzt nur noch die Pro-Line oder unsere Standard-Line. Pro ist damit der Nachfolger von Evolution. Darüber hinaus haben wir TLE als Begriff gestrichen. Stattdessen nutzen wir jetzt TLR. Und die Bezeichnung für Radialreifen findet ihr am Ende des Labels. Neben dem ALBERT stellen wir außerdem dieses Jahr zwei weitere Reifenmodelle mit der Radiartechnologie vor. Zum einen den Shredder. Der Shredder ist der extremste Reifen, den wir jemals gemacht haben. Mit einer Profiltiefe, die noch höher ist als die vom Dirty Dan. Der Shredder ist unsere Antwort darauf, wie der optimale E-Bike-Ampelreifen aussehen soll. Und ermöglicht es euch, auf jedem Trail, egal wie nass oder lose der Untergrund ist, hochzukommen. Außerdem werden wir eine Vielzahl an Optionen von der Magic Mary mit Radial-Karkasse anbieten. Wie zum Beispiel die Trail- und Gravity-Karkasse in 29 Zoll und 27,5 Zoll 2,5. Nachdem wir jetzt drei Jahre lang an den Radialreifen entwickelt haben, viele Erfolge im Racing einfahren konnten, im Testing Rückschläge, aber auch eben viel Fortschritt hatten, bin ich jetzt absolut hyped, endlich diese Reifen vorstellen zu können und super gespannt, was ihr sagt zu den neuen Radialreifen. Wenn ihr mich fragt oder wenn ihr uns fragt, ist das auf jeden Fall die größte Innovation in der Mountainbike-Reifenwelt seit mindestens zehn Jahren. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020